in diese meisterung für diese helden freischalten kann sie automatisch spielen ja automatisch muss einfach nur hochleveln ganz viel hobbylos daheim sitzen und zappen ok also mirror match gegen alex ich bin mal gespannt hier wollen wir red invaden einfach mal verfahren lassen werden kommen ja das ist jetzt ein stream gesagt das lassen wir mal kurz jetzt kommen die in wäden ja ich wollte schon keine angst warte ich brauch keinen wäden sehen wir werden sehen ja ich schaue ich schaue nach rechts und ich mache den linken gang hier so dann wissen wir doch aber der offlaner musste immer auf die offlane gehen das wäre nice und die muriel müsste zu uns kommen ich würde sagen wir spielen die muriel auf support items und die muriel auf damage das wäre auch mal witzig kriegsitz hinein fahren schon mal der muriel kann die gegner festhalten wegschieben zu uns schieben wird dann kann ich auch ist die muriel bei uns ein ding ich glaube er ist der einzige der fehlt ich habe angst dass du mir deine scheiß lami es wäre nicht gut das ist vorteil für uns das was ich wollte mich killen aber er hat mich angegriffen ich meine ich allein auf der lane deswegen der denkt sich ok kranke viele perfekt für mich schon ein bisschen spar ich mir jetzt ein gang auf rechts mal und raps ignoriere ich das ganze game sowieso also um zu schauen was in der eins gegen eins geht es meine frage ist dein stream eigentlich die late können alles sehen die ungeschönte wahrheit ja weil es ist natürlich kacke wenn ich sage ich kann jetzt mit lanen und dann kommt man zu wenn sie wenn sie wenn es ehrenmänner sind dann machen sie wenigstens den ton aus und gucken nicht zu weil die sind ja auch im discord also die würden das uns alles drei und viermal hören dann mit dir machen wir gleich einen grünen bau fahren ist bei den richter zange oder ist nicht ich gehe gegen ich so bescheuert na das ist wohl nicht glückte pass auf wobei sie kann mich right klicken ich bin voll am brennen ich habe sie gecampte kupa aber alles gut alles gut warte kupa bis ich bereit im sap kannst du gerne wiederkommen und raps du darfst du nicht reinpushen kann ich gar nicht denken aber das ding ist alex es gilt anders als ich und ich will eigentlich die minions in seinen tower drücken aber ich kann ihn auch rauskommen lassen ich komme falsche richtung herrlich leute aber ich habe doch noch eine hau geöffnet das war nicht schlecht zwei kills ja ja denkst du ich komme da raus decke ja 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 Boah, was macht denn Sparrow hier? Oh, sorry. Dachte, sie sind zurückgecohlt. Warte, wir machen dann den Druck. So, wir kommen auch. Boah, Rector hier. Genau, vom Weg zur Mitte. Drei Leute hier. Ein Mera oben. Wir können die eigentlich feiten, weil ich bin so gut gefeadert. Ich bin am Weg, ich bin am Weg. Ach Gott, der ist mal. Nice. Kannst du sie noch slown irgendwie? Also, Anakin ist das. Outconnect, raps auf. Let's fetch. Let's fetch. On my way. Ja, der ist so dumm. Ich bin jetzt mit dem Buff. Man, Turm, hilf dir. Net von dir. Hold up. Und rechts miss. Can the Sparrow hold? Okay. Moin, Fressi. Äh... Äh... Ich mach Aua. Ja. Ja. Alter, der Alex macht keinen Gen-Chan. An enemy has been slayed. Sehr nice. Oh no! I double killed. Oh lai. Ich wollte sie ulten. Äh, EG kommt rüber, glaube ich. Ah ne, der ist wieder hier. Der soll kommen. Oh no! Meimera ist nicht mehr zu sehen, die Dings. Schade, schade. Ich hab zwei-, dreimal gebeten. Oh, Alter, ich glaube, ich bin rappt. Oh man, die ist da. Faitl, hilf mir. Lol, wie bin ich da weg im... Oh nein, der Ficker, Alter. Das gibt's nicht. Ich hab leider keiner holt. Kamera gegen Kamera. Keiner greift mein EG an. Oh, doch. Und stimmt schon. Alex, Junge. 2-2 hat er. Muriel, mach Schilds nur auf mich. Niemals auf die Minions. Wer ist nicht im Call hier? Ach so. Da kannst du callen, wie du willst. Oh no. Er ist dir? Ich hör das ja im Stream. Ach, der kämpft die Lane hier. Ich muss jetzt aufpassen. So, hier kommen Sie zu mir, bitte. Ach so, ja, Entschuldigung. Entschuldigung, sorry. Was? Was? Nein Scheiße Wer kommt hinterher? Ein mir was nicht Sie sollen mir Speed geben, Digga Oh, er wurde gehockt Oh shit, ich krieg das mal Sparrow macht Schaden What? Ich häng ja an dieser Kante fest Ok Ich bekam aufs Maul Du hast keine Ult mehr, Bravos, oder? Ne, ne, aber ich geh zum Chimera Geil, er ist hin übrigens Renn mal in Richtung Red Nicht dort Falsche Richtung Ich kann nicht Das hat sich über Kontrolle an Ach, F*** Ups Trip Oh, 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 oh An enemy has been slayed Sehr schöne Ult Richter kommt noch Oh ja, ich geh mit ihm Was soll er kommen? Ich kann ulten Der Steen ist einfach da Ja, ich bin einfach hingeholt Ja, ich bin einfach hingeholt Also, ich... Ja An enemy has been slayed Ich hab mir gar nichts mehr Hier stehen so viele Minions und keine Ahnung was alles rum Oh, shit Oh, shit An enemy has been slayed An enemy has been slayed An ally has been slayed An ally has been slayed Ah Der hat gehabt das jetzt da Aber Ah, Raptor sind wieder da Das ist ein Solo-Lainer, ne? Keine Ahnung Mhm Ne, ich hab leider keine Ein erst Ding Oh, shit Ich hab eine frei 25 Wieder verfällt Ich hab keine Krebs machen Defendet ja gar nicht recht Oh, die haben... Oh, scheiße Wer hat denn Deren chimera? Ja, chimera hat... Ich komme Contestet changed, approximate Ich komme Will keiner Du lässt mich die Tower holen royalty aufs glas dir 首 Ja, Mordel ist halt so etwas mehr. Box, D, Dekker! Box, D, Dekker! Box, D, Dekker! Jetzt noch P, Mann, Barrow. Oh, es ist ja genau hier. Paul! Ach, der streichelt sich. Gigi ist mit der Back-Geportet. 2000 Dollars, ich muss auch mal Back. 100. Wie Steel immer schreit, das ist so witzig, Alter. Geil. Ah, der steckt voll in deinem Arsch! What the fuck? An enemy has been slain. Alleid double kill. Hör mal Buffs. Oh, hier, hier, hier. Bin unterwegs. Oh, dreimal, dreimal. Oh scheiße. Ich bin, ich bin Dekker, wir können locker gewinnen. Ich komme! Boah. Oh. An enemy has been slain. Alleid double kill. An enemy has been slain. Oh, der ist auch gefuckelt. Oh, der ist auch gefuckelt. 10-1. Krass. Ah. Wer hat denn bei denen gefedert? Wer ist denn da? YouTuber 07. Jeden mal bisschen. Ja, jeden mal bisschen, ne? Den Decke hab ich eigentlich fast gar nicht getötet. Ist das einmal? Schulz 2-4, Cooper 3-5. Ja, jeder bisschen. Alex? Außer Alex. Alex 5-4-2, ja. Passt. Da stand ich auch nur im Tower. Der war da sicher. GG.